Der Charakter ist zu Beginn 17 Jahre alt. Lara Croft. Uh, nee. Der Charakter studiert die Geschichte einer untergegangenen Kultur. Genau, Lara Croft. Der Charakter hat mehrere Länder bereist. Komm, okay, komm. Lara Croft. Nein. Für 10 Punkte sage ich euch, dass der Charakter auf einer Insel lebt. Alter, England ist eine Insel, Bram. Sag Lara Croft. Sag du doch Lara Croft. Oh, stimmt. Lara Croft. Lara Croft ist absolut falsch. Ich drück jetzt einfach die ganze Zeit. Kommen wir zur Nummer 11. Erster Tipp. Gleich 10 Punkte. Nein. Wir kommen zur 12. Fuck, da wuchs. Lara Croft. Nein. Irgendwann wird Lara Croft jetzt kommen. Nummer 13. Der Charakter ist adeliger Abstammung für 10 Punkte. Scheiße. Fuck. Lara Croft. Lara fucking Croft. Endlich ist es richtig. Spiel macht keinen Spaß mehr.